Musik Each year 25 German students will be joined by 75 students from other parts of the world, representing a cross-section of the differences and challenges facing humanity. Bildung ist der große Motor persönlicher Entwicklung. Durch Bildung kann aus der Bauerntochter eine Ärztin werden, kann das Kind eines Pfarrerarbeiters Präsident einer großen Nation werden. Wie kann es Frieden geben, ohne Menschen sich zu verstehen? Und wie kann es das sein, wenn sie einen anderen nicht kennen? Ich werde die Biografie von meinem Großvater einlegen. So, dieses Leben hat was zu tun mit dem College, das jetzt hier gegründet wird. Und ich wünsche dem College, dass es gerne den Namen von Robert Worscht tragen wird. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.